Reicht herzlich willkommen zur 184. Folge von Towns. Ja, lassen wir wieder weiterlaufen. Hier oben ist noch... ne, das ist ein Held, ist das. Ich dachte, das wäre ein Gegner gewesen, ist es aber gar nicht. Okay, dann müssen wir halt gucken, was der noch entdeckt. Da ist er unterwegs, bleibt er in der Ecke stehen, oder haben wir jetzt hier... Ah, wir haben einen Immigration can't find a path to the colony. Okay, jetzt haben wir einen Weg. Wie kriege ich das raus, das ist die Frage. Wenn die keinen Weg zur Colonie finden, haben die ein Problem, ne? Dann würde ich sagen... Da müssen wir mal gucken, wo das Problem sein könnte. Also wäre schön, wenn man sieht, wo es ist, aber ist das jetzt hier, oder was? Nee. Hier ist ja alles okay. Hier können die doch alle lang gehen. Dahinter ist noch Platz. Hier kann man oben rumgehen zum Wasser. Hier ist der Eingang meiner Herrschaften. Ich weiß nicht, wo die herkamen, aber... Keine Ahnung. Stehen die irgendwo am Bildrand? Glaub nicht, ne? Nö, weiß ich dann auch nicht, aber... Aha. Da sind zwei gekommen, aber an anderer Stelle. Keine Ahnung, wo da das Problem war. Lass mal schnell gucken, ob wir sie irgendwo am Rande noch entdecken. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mal zu spät, ne? Die laufen nämlich sofort los, glaube ich. Ja, passt schon. Okay. Dann gehen wir mal hier drauf, weil die brauchen natürlich noch was zum Anziehen. Also, die beiden sind fertig. Er ist ein 19, 7, 17, 6 und 10. Das heißt, wir machen da einen Träger raus und einen Holzfäller. Dann passt das schon. Äh, jetzt habe ich, glaube ich, den Falschen gemacht. Äh, naja, okay, dann lassen wir das so. Dann sind das noch ein Träger. Aber der kriegt hier auch schon Klamotten, das heißt, auch der ist schon komplett ausgerüstet. Der macht mal Essen. So, haben wir. Schweinchen, das ist hier auch noch so ein Problem. Das wird gar nicht gemacht, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Haben wir denn da irgendwo... Das könnte man ja auch machen dann. 118 Knochen sind vorhanden. Aber das würde schon mal funktionieren. Ah, das war verkehrt. Der Krall ist beim Kochen. Und das hat auch alles für Schäen. Passt ja auch. Schwein ist alles gut, sag ich mal. Nur warum hier nicht da rein gemacht wird, das weiß ich nicht. Haben wir denn noch einen Stall? Das sind Kühe, das sind Schafe. Weiß nicht, warum hier keiner das macht. Nicht Pick oder Wild Pick. Vielleicht kriegen wir mal einen Händler, der das mitbringt. Dann müssen wir da natürlich so ein Tier im Käfig da kaufen. So, jetzt gehen wir wieder runter. Auf Stufe 8 war das. Hier wurde entdeckt, ne? Oder wie war das? Ja, geht auch weiter. Hier wird auch gerade gekämpft. Da nochmal. Kommt der nächste Held schon. Auf Entdeckungstour. Okay. Wenn wir die Ecke noch ein bisschen gucken vielleicht. Oh, noch einer. Der wird auch schon angegriffen. Der geht wieder zurück. Der hat das schon erledigt. Hier unten wird auch entdeckt. Ist ein Durchgang oder nicht? Gute Frage, ne? Der geht wieder nach Hause. Irgendwo anders wird aber immer noch gekämpft. Ah, hier unten wahrscheinlich. Der ist da oben beschäftigt. Die sind da unten beschäftigt. Der ist eingefrorener da, Herr Ruf. Okay. Der wird weiter entdeckt. Der ist ein großer Entdecker hier. Der läuft überall hin. Und jetzt läuft der nach Hause. Er hat hier oben wieder was gemacht. Ich stelle den anderen Entdeckten an. Jetzt gehen wir hier noch am besten hin. Dann haben wir das auch noch gesehen. Aber da kommt schon ein anderer, der woanders lang will. Da in der Ecke hat er noch einen gefunden. Und da gibt es einen Durchgang. Auch wenn man es so aussieht, dass es nicht geht. Es geht aber da durch. Okay, da oben der nächste. Ne, das war ein Träger. Wo geht er jetzt hin? Nach da und nach da. Das ist gut. Da kann man noch was entdecken. Läuft, ne? Oh ja, er hat jetzt viel vor, glaube ich. Mit seiner Keule in der Hand haut er die alle weg jetzt, oder was? Ja, das ist doch kein schlechter Kämpfer. Oh ja, der hat jetzt was geholt, ne? Und der müsste jetzt gleich nach oben gehen, weil irgendwo kriegt der Hunger oder ist müde. Irgendwas, sowas in der Richtung. Wie der gekämpft hat, wie so ein Berserker. So, und jetzt tauschen wir ihn nach oben. Hier ist der nächste Entdecker. Der hat schon da den... Der Spinne dann gar ausgemacht. Okay, da ist der nächste. Jetzt kommen da die nächsten. Oh, jetzt sind sie zu dritt. Und noch zu zweit. Hat weiter entdeckt. Bis da durch geht, ist die Frage. Ich gehe von raus. Okay. Hat da noch was entdeckt. Und der, aber da oben wird es richtig weiter voran. Jawohl, von der ist auch. Und da sind alle welche. Alpertierer aber auch. Gut. Hat also alle weggemacht. Da war noch einer, keine Ahnung mehr. Sie sind gerade richtig drauf, hier zu entdecken, die Helden. Ich höre immer auf acht Stück an Bord, ne? Okay, er geht noch mal da gucken. Er guckt noch da. Okay, da geht es auch weiter. Das Schweinchen gezaubert. Ein Dialog. Aber hat er schon erwischt. Da geht auch noch die Spinne kaputt. Wunderbar. Und jetzt geht er zurück, oder? Da gibt es ein paar Schuhe. Spider Red Boots. Okay. Weiß nicht, ah, hier unten wird gekämpft. Da läuft was, ne? Aber der Direwolf ist jetzt noch hier. Und keiner, der Helden da. Die sind ja woanders. Ah, hier ist noch wieder was. Gut, jetzt geht er weg. Und, ne, das muss noch woanders sein, wo gekämpft wird. Aber nicht hier, sondern wo? Ich glaube, hier ist schon alles entdeckt, ne? Ja, da muss es da weitergehen. Und ja, oder ja, machen wir mal nix. Ah, da kommt der Nächste. Ne, der ist ein Träger, der holt noch was weg. Ich muss aber aufpassen, dass er nicht erwischt wird. Okay, das sieht nicht gut aus. Aber der hat er doch geschafft. Gut. Der hält da oben. Wo war, da ist noch einer. Hier ist jetzt einer und läuft da hin und her. Da geht aber auch wieder weg. Und das ist was für einer. Ist kein Held, ne? Ist ein Träger. Der verhungert gleich unterwegs. Da gehe ich's. Ah, super. Läuft, ne? Der muss jetzt unbedingt was holen. Aus der letzten Ecke, obwohl er Hunger hat. Oh. Und dann noch die allerletzte Kugel. Wetten? Wie siehst du, der passt. Wird gleich sterben, denke ich. Vor Hunger. Ja, was willst du machen? Ist halt so. Wir können mal gerade gucken, was es zu essen gibt. Äpfel und Birnen gibt's, wo das auch da passt. Was sieht's mit Kuchen aus? Radieschen. Und sonst sehe ich gerade... Apfelkuchen. Ne, Birnenkuchen, ne? Was ist denn da? Das ist Apple Pie, ja. Das war gern hoch. Gut. Ist geklärt. Sind noch 63 allerdings. Und keiner mehr da. Das macht die Happiness. 66 wächst. Alles gut also. Gut. Äh, ja. Soweit nicht schlecht, denke ich. Hier ist wieder ein Held, der jetzt dann weiterläuft. Da haben wir komische Wege. Wenn die steigt. Krass, wo der langgelaufen ist jetzt. Eine Kurve da und dann wieder zurück. Kommt der nächste. Indiana Jones. Und. Ja, mitten rein, statt nur dabei. Schon erledigt. Der eine geht einen Schuss und weg. Gut, jetzt hier mal durch. Gucken wir mal rein, da in die Lücke. Wo es dahin geht. Na, nur nicht. Da oben war noch einer. Der geht aber noch überhaupt zurück. Ja, Helden sind gerade mangelbar, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay. Hier ist ja auch alles schön entdeckt, ne? Jetzt muss man noch gucken, wo noch was ist. Hier kann man noch was sehen. Hier sowieso. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Der läuft da lang. Hier ist schon eine Schlafmütze, ne? Hat super geklappt, gleich wieder. Na ja, aber wir haben immer noch 63. Aber warum die da sowas machen, weiß ich auch nicht. Okay, er geht jetzt dahin oder nicht? Ne, doch. Hat ihn erwischt. Aber das ist ein Schweinchen. Das war noch nicht immer der Hauptproblem. Oder was das auch da unten ist. Oh, jetzt hat er zwei am Hals. Einen hat er davon erwischt. Oh, ich glaube den zweiten macht er auch platt, oder? Ne, er haut ab. Wir müssen mal gucken. Oh, das ist das Todesurteil für ihn hier. Oder sie. Ja, wie wir gedacht. Ja, das war's dann. Ja, schade, ne? Und er ist ja auch schon so nah am Arschig. Läuft richtig gut, ne? Auch da ist die nächste. Ah, toll. Ja, da haben wir bald nur noch 61. Das ist dann halt so, ne? 56 geht runter oder so. Ja. Ja, nix zu essen hier. Gut. Ist halt so. Die Helden sind schnell. Aber die Dinger sind langsam. Oh, er guckt was Neues sich an hier. Und gleich erstmal. Oh, da geht's aber zur Sache. Aber sie sind zu zweit. Gut, dann hat's doch noch geklappt wahrscheinlich. Hier geht's weiter. Und man möchte sich das anschauen. Ne, mit der Ritterrüstung. Der macht das jetzt, ne? Oder? Ja, der guckt bestimmt die Ecke ab. Nächste Sterbe-Kandidat. Damit jetzt gleich hier auch noch sterben, gehe ich von aus. Na, dumm gelaufen dann, ne? Ja. Ja. Läuft so weit. Wo dieser eine ist, weiß ich nicht. Einer ist hier gestorben. Und die zweite Person, weiß ich nicht. Sehe jetzt auch nix. Da kommt ein Händler rein. Lass mal weiterlaufen. Ja. Ja. Keine Ahnung, wo die zweite Person gestorben ist. Finde ich jetzt nicht. Nicht wirklich. Hier ist was, aber... Ah, da ist es auch gewesen. Guck an. Liegt hier bestimmt noch irgendwo was. Entweiß dann Hummel Korps. Ja, gut. Okay. Aber ich würde sagen, das nächste Mal machen wir hier mit dem Händler weiter, der dann da jetzt kommt. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.